Dum 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 Das ist wirklich was zum abrocken Dum 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 Oh yeah, schaut euch das an Oh yeah Freunde, willkommen zum zweiten Part Der Spagetzo ist leider noch nicht da Weil ich habe mir gedacht, ich würde jetzt einfach noch ein Part aufnehmen Weil ich da jetzt ein bisschen Bock drauf habe Und genau, wir tun jetzt einfach hier noch ein Part einfach dahinter aufnehmen Weil ich eben Lust habe Und genau, wir sind auf der Suche nach Zuckerrohr Hier steht noch unser schönes Boot, das ist sehr schön Und ich hoffe, wir haben Erfolg Weil Zuckerrohr wäre schon echt wichtig Dann hätten wir ein Enchanting Table Das ist wirklich cool Und ich habe mir gedacht, dass ich mir vielleicht sogar ein Dia-Schwert mache Und die anderen Diamanten werde ich dem Fex oder wem auch immer geben Aber Diamantschwert wäre noch echt cool So, jetzt hoffe ich, dass wir halt einfach mal Zuckerrohr finden Aber anscheinend gibt es hier keins Deswegen müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen suchen Essen würde ich auch noch mitnehmen Essen, finde ich, muss auch noch Müssen wir auch noch holen, ne? Ja, Essen müssen wir auch noch holen So, Essen, Essen, Essen Komm her, komm her Schwein, du kommst jetzt her Oder? Ich werde wütend Ähm, ach du Scheiße, Leute Ach, das ist ja cool hier Alter, das muss ich mir merken Schwein, wie findest du das? Also das musst du schon sagen, dass das cool ist, oder? Steh das doch mal an Das ist so krass, Leute Jetzt töte ich dich Jetzt töte ich dich So Ähm, wir nehmen noch ein paar von diesen Blumen mit Weil ich toll bin Und weil ich's kann, natürlich Ja, weil der T ist mein AP Der macht einfach mit seinen Kräften Da kann der eh alles mit seinen Kräften Also von der her, ne? Ach, ich bin schon ganz schön cool mit meinen Kräften Muss ich sagen Okay Oh, was haben wir denn hier, Leute? Was haben wir denn hier? Wir haben ein Eisbiom Und einen gefällten Baum Das heißt, die anderen waren hier schon Okay Habe ich aber nicht gesehen In deren Parts, dass die doch schon waren Aber okay Okay Ähm Wir machen jetzt mal eine kleine Expedition Einfach, weil wir so toll sind Und Ich hoffe, hier ist jetzt mal Zugherror Das kann doch wohl nicht sein Das kann doch wohl nicht sein, Leute Das kann doch wirklich nicht sein Das kann doch nicht sein Ich bin wirklich traurig, muss ich sagen Ach, Mann Das hat mein Weltbild zerstört Dass wir kein Zugherror finden, Leute Ey, das gibt's doch wohl nicht Das kann doch nicht sein Wo bist du der Zugherror? Hast du mich jetzt endgültig verlassen, oder? Ich weine gleich Ich weine wirklich gleich, Leute Das ist wirklich schlimm Es ist dramatisch Ohne Scheiß Es ist hier kein Zuckerrohr Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Oh mein Gott Boom 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 Das ist wirklich was zum Ablocken Boom 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 Oh yeah Schaut euch das an Oh yeah Ich bin so gestört, Mann Okay, wir haben's geschafft Zuckerrohr ist da Ne, Hühnchen, ja Dann würde ich sagen Oh, hier haben wir noch rote Pilze Das ist natürlich sehr cool Dann würde ich sagen Gehen wir wieder zurück nach Hause Und Lassen wir uns da gut gehen Und unser Haus weiterbauen Und unseren Crafting Äh, was glaube ich Und unseren Enchanting Table Craften Ja Ähm, ich hoffe, ich weiß noch, wie der geht Aber da werde ich ja auch zwei Diamanten investieren müssen Ähm, aber das können wir uns leisten, ja Wir können uns das leisten, Leute Da war auch Zuckerrohr Okay, das nehmen wir mal mit Das nehmen wir mal mit Das nehmen wir mal mit, liebe Freunde Das würde ich schon ganz schön gerne dabei haben Wir können auch mal ein paar Kakteen mitnehmen Okay Wer weiß, dass man damit alles machen kann Mit Kakteen kann man ja eh nur grüne Farbe machen, oder? Ich weiß es nicht wirklich Aber ich glaube, es geht nur grüne Farbe damit Und hier haben wir auch eine Höhle wieder hier unten Eine richtig fette anscheinend Können wir auch mal kurz schauen Oh Da ist schon was runtergefallen, Freunde Ja, ja, da ist eine Höhle, glaube ich Oh, spannend Hm Oh, hier ist sie Hier ist die Höhle, meine Freunde Die hebe ich mir auf jeden Fall auf Die werde ich mir noch genauer anschauen So Sind da denn irgendwelche gefährlichen Oh, ne Okay, Leute, die markiere ich mir, die Höhle Dann schauen wir uns die auch mal an Mit irgendeinem anderen Nächsten Part ist ja wieder der Spagetzo dabei Vielleicht werden wir Ähm Da das dann anschauen Also die Höhle Okay, wir essen noch mal Also man verliert echt viel Hunger Das ist krass So Ähm Wir gehen jetzt mal Dahinter Dabei kehren wir den hier noch Was ist das hier? Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Was ist das denn? Boah, das muss ich mir auch markieren Ich markiere mir jetzt einfach mal alles Obwohl das wahrscheinlich dieselbe Höhle ist Wie die von, ähm Wie die da hinten Aber ich bin mir nicht sicher Deswegen markieren wir die auch mal Und yes! Wir sind halt einfach toll Ähm Wir können ja alles mit den TS-MNLP-Kräften Also, ja Boah, ich bin so froh, Leute Dass Sommerferien sind Das glaubt ihr gar nicht Hier in Bayern Was haben wir? Pfff Pfff Da sind die ja erst angefangen Haben die erst angefangen Und Ja, Bayern ist ja immer extrem verspätet Mit den Sommerferien Aber dafür haben die anderen jetzt schon bald Schluss Und wir haben jetzt gerade erst angefangen Das ist schon ganz cool Und ja, deswegen kann ich jetzt auch richtig viel aufnehmen, Leute Also wirklich, ich kann aufnehmen ohne Ende, liebe Leute Ja, 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 ja Und ich bin so froh, dass ich wieder aufnehmen kann, Leute Ihr glaubt das nicht Ähm, ich mach hier mal schnell eine Doppel-Chest Weil das kotzt mich ein bisschen an Ähm, so Hä? Scheiße Äh, scheiße So Doppelkiste So Ähm, da tun wir jetzt mal Was tun wir da rein? Wir tun das rein, wir tun das rein, wir tun das, das, das Wir tun den Kaktus rein Das tun wir rein, das tun wir rein Das, das Dann das kann man auch noch reintun, das Und das Dann, ähm, schauen wir mal, was das Eisen macht Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön Oh, 61, das ist richtig cool Ähm, dann machen wir uns einmal Ah, wie ging denn? Papier, so, ne? Ja Machen wir uns einmal ein bisschen Papier Dann brauchen wir das Leder Wo ist das? Ach, das haben wir hier schon Dann machen wir uns einmal ein Buch Und jetzt, liebe Leute Jetzt, liebe Freunde Ist der Augenblick gekommen Wir machen uns Ein Crafting Äh, eine Enchanting Table Das ist richtig cool Und da haben wir den Zaubertisch Richtig nice Ähm, so, jetzt machen wir uns als erstes Noch unseren Boden, den wir Also die Birkenholz-Setzlinge Ne, wir machen jetzt erst unser Dia-Schwert Ja Aber wir haben keine Sticks Das habe ich mir auch noch vorgenommen Weil Dia-Schwert ist natürlich schon echt geil Und das werden wir dann auch auf Level 8 enchanten Und dann sind wir schon richtig gut ausgerüstet So Ähm, dann würde ich mir gerne noch eine Steinschaufel machen Weil Schaufel ist jetzt wirklich nicht sowas Besonderes Das kann man sich schon aus Äh, aus Stein machen Okay Dann mache ich das jetzt hier mal weg So Und wir tun hier jetzt noch Birkenholz rein So Weil ich glaube, hier ist gar keins Ah, ja, genau Ich habe richtig gelebe, Freunde Ja Ja, 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 ja Und die Betten, die können sich Die sich jetzt echt mal in ihr eigenes Haus stellen Auch wenn der Spagett so noch Ein Hartz-IV-Empfänger ist Weil er kein Haus hat Aber Äh, das ist ja Das ist ja selber schuld, ne Wenn er so dumm ist, ein Haus zu bauen Äh, naja, okay Auf jeden Fall haben wir jetzt den Boden dann gleich Das ist cool Das ist wirklich cool Ich sehe gerade gar nichts So Ähm, so, 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 so So, dann holen wir uns das nächste Stack Ach, Leute, cool Das wird schon so ein nices Haus haben Boah, ich hätte auch echt gern einen Hund, muss ich sagen Also, nicht im Relive, sondern Hier in Minecraft kann man sich auch Hunde zähmen Äh Ah, okay Geh mal schlafen Gehen wir schlafen Oh, ich habe den Timer gar nicht gestellt Scheiße Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen Das ist natürlich scheiße, Leute Das ist scheiße Das ist scheiße, scheiße, scheiße Dann würde ich sagen, dass wir Ähm Noch Das wir, das wir, das wir, das wir, das wir Ähm So So Sagen, dass wir danach aufhören mit der Aufnahme Ich weiß, das ist dann wahrscheinlich nicht so ein langer Part Aber Ähm Ich will das auch gar nicht so lang machen Ähm Dann tun wir hier noch schnell Unser Fleisch rein Dass wir auch mal schön viel Fleisch haben Und Dann stellen wir jetzt mal den Enchanting Table hin Und der kommt hier hin Leute, richtig nice Es ist wirklich cool Und jetzt werden wir verzaubern, Leute Jetzt kommt der spannende Moment Wo wir auf Level Wir verzaubern auf Level 6, okay Wir wählen jetzt Level 8 Aber wir verzaubern auf Level 6 Was? Schärfe 1? Das ist schlecht Okay, dann tun wir das jetzt auch auf Level Ich hab doch gesagt, dass es nichts bringt Das bringt genau das gleiche, wie ich Wenn ich auf Level 1 verzaubere Das ist echt ärgerlich, Leute Naja, egal Effizienz 1 Leute Ich hab so viel Level dafür verbraucht Scheiße Ähm Na gut Dann mach ich mir noch eine Dia-Schaufel Die anderen können sich Wisst ihr was? Die anderen können sich die Dias Selber suchen gehen Ja, ich mach mir jetzt hier meine Ausrüstung Und fertig Effizienz 1, perfekt Dann haben wir ganz gute Ausrüstung, würde ich sagen Und Dann machen wir mal aus unserem Stein, den wir hier so fleißig gesammelt haben Machen wir uns jetzt Äh Ein bisschen Treppen Und Holztreppen machen wir uns auch So So Und da hab ich mir gedacht, dass wir hier so Holztreppen hoch waren Das ähnelt so ein bisschen von meinem Let's Play Aber Das ist mir eigentlich scheißegal So Das wird dann hier so entlang gehen Und dann geht hier so eine Treppe hoch Ich glaub, das wird ganz cool, meine Freunde Das wird wirklich ganz nice Ähm So So Das machen wir jetzt noch schnell hier So 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 Und so Dann haben wir auch schon das hier geschafft Und Dann machen wir jetzt hier noch hin So So Und dann müssen wir nur noch Hier unsere Ähm Hier unser Dings hin machen So Weil hier oben habe ich Äh Werde ich wahrscheinlich auch noch irgendwas cooles bauen Ich weiß aber leider noch nicht was Vielleicht werde ich hier mal ein Enchanting Table bauen Mit den ganzen Bücherregalen Bin ich mir aber echt noch nicht sicher Müssen wir natürlich noch schauen Ähm Dann machen wir mal so Bauen uns das hier mal so Zurecht Ich hoffe, das wird gut aussehen, Leute Ich bin mir aber echt nicht sicher So Und da geht uns das Holz auch schon zu Ende Das ist krass Das ist wirklich krass, wie schnell das weg geht Aber wir können ja jederzeit neues holen So Und Dann machen wir hier einfach noch ein bisschen Holz hin Ich bin so dumm Ich bin wirklich dumm So Das kommt weg hier So Das kommt auch weg So Dann kommt hier noch so eine Stufe hin So Dann sieht das auch ganz cool aus So Ähm So 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 Genau Genau, dann haben wir eigentlich relativ viel geschafft Für heute Und Ist schon ganz cool Ähm Das machen wir mal hier hin So Und Genau Das kommt jetzt hier noch hin Und dann haben wir unser Haus auch schon ganz schön weiter gebaut Ich finde, das sieht ganz cool aus alles Schreibt mal, wie ihr das so findet Ihr könnt ja auch noch Verbesserungsvorschläge Ähm Machen Und Dann sehen wir uns im nächsten Part Würde ich sagen Euer TSMNLP Wir sehen uns dann Mit Spaghetti Hierzu Und Ciao Leute